So, dann herzlich willkommen zum RSB-Tutorium. Wie angekündigt, würde ich noch mal ein klein bisschen Klausurvorbereitung machen. Natürlich können wir nicht alles wiederholen, dafür ist es einfach viel zu viel. Aber wir haben ja zwei Termine, das heißt, wir können uns heute ein bisschen Sachen anschauen, die vielleicht ungefähr in der ersten Hälfte des Semesters waren. Und nächste Woche könnte man noch mal auf die zweite Hälfte ungefähr gucken. Insgesamt gilt für Klausuren natürlich Tipps, die immer gelten. Guckt euch die Aufgaben gut an, guckt euch an, mit welchen Aufgaben ihr gut klarkommt. Und lest vielleicht einmal die Klausur, erstmal einmal kurz ganz schnell über die Aufgabenstellung quer und verbeißt euch nicht an einer Aufgabe, sondern guckt erstmal, dass ihr das macht, was euch sicher Punkte bringt. Und das ist so ein bisschen das, wo wir heute und vielleicht dann eben auch nächste Woche dann so ein bisschen eben hinsteuern wollen, dass wir gucken, dass ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch so mal so ein Gefühl habt, was können eigentlich so für Aufgaben da sein, beziehungsweise auch, wie weit seid ihr schon mit eurem Lernprozess. Ich erinnere daran natürlich, dass wir hier durch viele Aufgaben dann auch springen, dass die Klausuraufgaben in der Regel schwieriger sind und dass wir eben auch, wie gesagt, nicht alles abdecken können. Die Erfahrung zeigt, dass es meistens die Klausuraufgaben sehr viel Ähnlichkeit haben zu Übungsaufgaben. Zusätzlich ist es gut, auch Begrifflichkeiten aus der Vorlesung zu kennen. Manchmal habe ich gehört, gibt es auch irgendwie Verbindungen aus dem Praktikum in den Klausuraufgaben. Das war eher seltener, soll aber auch schon vorgekommen sein. Das ist so das, was ich aus den letzten Jahren irgendwie dazu sagen kann. Wie die Klausur dieses Jahr aufgebaut ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat Andreas Meder in der Vorlesung auch schon was dazu gesagt oder an anderer Stelle etwas genaueres. Vielleicht hält er sich aber auch mehr bedeckt. Genau, das erst mal so ein bisschen als Überblick vorweg. Vielleicht erst mal hier im Raum die kurze Frage in die Runde. Also natürlich versuchen wir irgendwie so bis 20 Uhr ungefähr fertig zu sein. Gibt es irgendwie Zeiteinschränkungen, dass ihr nachher, nicht dass ihr nachher sagt, ihr müsst aber alle heute um 19.30 Uhr dann schon weg sein? Dann würde ich mich vielleicht ein bisschen anders mit den Themen umgehen. Nein, okay, gut. Genau, falls es dann doch länger dauert, dann bitte ich um Entschuldigung. Aber ich glaube, schauen wir mal. Versuchen wir gut durchzukommen. Und ansonsten ist es ja wichtig, dass ihr auch ein bisschen was vielleicht nochmal zur Wiederholung mitnehmen könnt. Ja, ganz am Anfang des Semesters, lang, lang ist es her, erinnert ihr euch noch daran, dass wir so tolle Aufgaben hatten wie ich nehme eine Dezimalzahl, ich soll sie in eine Binärzahl wandeln und dann die Angabe von Oktalzahl und Hexadezimalzahl. Danach dann eine Angabe als Binärzahl mit 8 Vorkomma, 3 Nachkommastellen und dann in Zweierkomplement wandeln. Okay, fangen wir vielleicht erstmal an mit dem Thema in Binärzahl wandeln. Was, an welche Methoden, erinnert ihr euch noch, welche Methoden gibt es, um in eine Binärzahl, eine Dezimalzelle in eine Binärzahl zu wandeln? Die Visionsrest, ja genau, damit können wir es auch gleich einmal machen. Wisst ihr noch, wie die anderen Methoden heißen, die es da so gab? Das eine war Potenzreihen, beziehungsweise Potenztabelle nutzen, wo wir dann Potenzen aufgeschrieben haben. Und dann gab es ja noch, das dritte war eben das Horner-Schema. Wenn jetzt, wie hier, nichts angegeben ist, mit welchem ihr es machen soll, sondern einfach eins frei auswählen könnt, dann am besten das nehmen, womit ihr euch am wohlsten fühlt. Wie funktioniert denn das Divisionsrestverfahren, wenn wir das jetzt machen? Vielleicht so zwei, drei Stichwörter dazu. Na, was mache ich beim Divisionsrestverfahren? Ja, genau, ich teile durch die Basis des Zahlensystems, in das ich, ähm, ja, in das ich die umwandeln will. Das heißt, hier will ich ins Dual-System, ins Binär-System. Okay, ich teile das Ganze. 19 durch 2 müsste 9 rauskommen. Ihr achtet bitte weiter drauf, wie immer, dass ich nicht nebenbei einen Fehler mache. Dann haben wir einen Rest von 1. Deswegen heißt es ja nicht nur Divisionsverfahren, sondern Divisionsrestverfahren, weil ich die Reste aufschreibe. Das Ganze rechne ich dann einmal durch. 9 durch 2 gleich 4, Rest 1. Und jetzt habe ich einfach schon angefangen. Eine Frage habe ich ja gar nicht gestellt, ne, was mache ich denn hier eigentlich gerade? Wieso ignoriere ich denn eigentlich gerade den Nachkommateil? Weil ich ja eben beim Divisionsrestverfahren, bei Kommazahlen, Vorkommer- und Nachkommastellen getrennt voneinander behandle. Vorkommastellen, wie hier, teile ich. Und wenn wir uns daran erinnern, Nachkommastellen war ja das Gegenteil. Also, hier durch 2 gleich 2, Rest 0. Obrechnen ist manchmal schwierig. 2 geteilt durch 2 ist dann 1, Rest 0. Und dann haben wir 1 geteilt durch 2 gleich 0, Rest 1. Und wir erinnern uns daran, 1 geteilt durch 2 gleich 0, Rest 1. Das war der Moment, wo wir beim Divisionsrestverfahren am Ende sind, wo wir dann durch sind. Und das da ist dann, also zumindest mit dem Vorkommastellen, das ist dann der Abschluss. Nachkommastellen müssen wir jetzt einmal gucken. 0,625 mal 2 das Ganze. Heißt, jetzt kopfrechnen, 1,25 müssten das insgesamt sein. Genau. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil auch hier will ich ja eigentlich nur, weil ich immer nur ein Bruchteil haben. Irgendwie will ich immer ein Teil haben, der Rest ist und ein Teil, der kein Rest ist. Und bei den Nachkommastellen ist der Rest dann quasi das, was vor dem Komma steht. Also bei 1,25 ist mein Rest 1 und die 0,25 ist dann der Teil, der hinter dem Gleichheitszeichen kommt. Dann mache ich 0,25 mal 2, bin 0,5 Rest 0 und 0,5 mal 2 gleich 0 Rest 1. Das ist das Äquivalent zu dem 1 durch 2 gleich 0 Rest 1. 0,5 mal 2 gleich 0 Rest 1. Dann sind wir auch mit den Nachkommastellen fertig. So, so weit, so gut. Aber wie kriege ich denn da jetzt, wie lese ich denn meine Binärzahl daraus ab? Was muss ich jetzt machen, um die Binärzahl abzulesen? Welche Reihenfolge war das? Ja, vor dem Komma ist es von unten nach oben. Und wenn wir sagen, vor dem Komma ist es von unten nach oben, dann muss man natürlich auch gucken, was ist nach dem Komma, bei den Nachkommastellen. Genau, da ist es genau umgekehrt. Das heißt, wenn wir das Ganze zusammenfassen, sind wir binär bei 1,0,0, 1,1, 1, 0,1, 1, 0,1. Ja, bei Nachkommastellen macht das gerade keinen Unterschied, aber man muss natürlich aufpassen, wenn das andere Werte sind. Super, damit haben wir Aufgabenteil A schon erfüllt. Fehlt noch ein bisschen was. Aufgabenteil B, äh, nee, Aufgabenteil A haben wir noch gar nicht erfüllt. Was fehlt natürlich noch? Die Angabe von Oktal- und Hexadezimal. Erstmal das noch. Ähm, wie war nochmal der Trick, wie kann ich jetzt aus meiner Binärzahl ganz schnell zu Oktalzahl und Hexadezimalzahl kommen? Ohne, dass ich wieder alles neu mache mit irgendwelchen Divisionsrestverfahren oder großen Potenzreihen oder, oder, oder. Mhm, lese ich hier schon gut. Zu Gruppen zusammenfassen, genau. Gut, dann gucken wir mal Oktal. Ähm, wir müssen natürlich schauen, wir haben jetzt fünf Vorkommastellen, also bei den, bei der Bitsgruppierung. Wir erinnern uns da dran, dass wir Vor- und Nachkommastellen unterschiedlich behandeln und dass ich gegebenenfalls auffüllen muss. Ähm, fünf Vorkommastellen heißt, ich setze noch eine Null davor und habe dann meine zwei Dreiergruppen vor dem Komma. Hinter dem Komma sind das zufälligerweise drei, passt also. Und jetzt kann ich direkt aus diesen drei Bits meine, meine Oktalzahl ablesen. 0, 1, 0 ergibt die zwei. 0, 1, 1 ist die drei. Und 1, 0, 1 ist die fünf. Das heißt, äh, 23,5 im Oktalsystem ist das Ergebnis, wenn ich 19,625 umwandeln würde. Denkt daran, bei so einer Aufgabe, wenn Umwandlung gegebenenfalls auch nochmal Plausibilitätscheck zu machen für euch, so gut es geht. Also, äh, 2, 3, 5 sind alles Zahlen, die kleiner als 8 sind, weil ja keine Zahl, ähm, größer gleich 8 sein darf im Oktalsystem. Das heißt, das erscheint erstmal irgendwie grundsätzlich plausibel. Wenn da jetzt irgendwie eine 9 drin gewesen wäre, haben wir vielleicht irgendwas falsch gemacht. Entschuldigung. Ähm, hexadezimal nehmen wir nicht Dreiergruppen. Da haben wir ja Vierergruppen, na, genau. Äh, und auch hier müssen wir dann eben schauen, dass wir entsprechend dann mit Bits gedanklich oder beziehungsweise auch real das Auffüllen, die, äh, Gruppen, nach vorne hin geführt. Und hinterm Komma haben wir ja auch nur drei Bits. Und deswegen auch hier nochmal zur Erinnerung, denkt dran, dass ihr dieses mit dem Nullen Auffüllen bei den Gruppen wirklich vom Komma weg macht. Das heißt, für die Nachkommastellen bei Hexadezimal, also Vierergruppen, hüben wir rechts die Null an. Ganz, ganz rechts. Dann können wir aus diesen Vierergruppen auch direkt die Hexadezimalzahl ablesen. Na, 0, 0, 0, 1 ist natürlich eine 1. 0, 0, 1, 1 ist auch noch recht einfach, ist eine 3. 1, 0, 1, 0. Kann man nicht vergessen. 1, 0, 1, 0. Müsste, ne, was ist, wie war das nochmal, wie geht das schnell irgendwie, wenn wir es gerade nicht wissen. 3 mal die 1 ist das Höchste, was wir mit 3 Bits erreichen können. Ist ja eine 7, wenn wir Oktal wären. Dann das nächste wäre eine 1 und dann drei Nullen dahinter. Dann wären wir ja, ähm, bei der 8. 1, 0, 0, 1 wäre eine 9. Und das nächste, was wir hier haben, 1, 0, 1, 0, ist anscheinend die 10, beziehungsweise heißt dann ja Hexadezimal ein A. Gut, haben wir auch geschafft. Jetzt also, ähm, Angabe als Binärzahl mit 8 Vorkomma und 3 Nachkommastellen. Aufgabenteil B. Wir waren hier mit unserer Binärzahl. Was muss ich denn jetzt hier machen für Aufgabenteil B? Also ich habe ja eine Binärzahl, aber reicht noch nicht ganz, ne? Ja. Ja, genau. Gut, ja, war mal eine einfachere Frage dazwischen vielleicht. Oder einfach nur, dass ihr nochmal auch wirklich dran denkt. Lest den Aufgabentext gut. Ähm, wenn ihr denkt, ihr seid auch fertig mit der Klausur, nutzt die Zeit gegebenenfalls nochmal zu schauen, ob ihr nicht doch irgendwo eine Kleinigkeit übersehen habt, wie Angabe 8 Vorkomma und 3 Nachkommastellen. Und wir dann feststellen, naja, okay, wir haben eine Binärzahl, aber, ähm, vielleicht sollten wir das Ganze erst ja noch auffüllen. Wir haben 5 Vorkommastellen, das heißt, uns fehlen 3 Vorkommastellen und, ja, 3 Nachkommastellen, die haben wir gerade. Und dann heißt es, ins Zweierkomplement wandeln. Wie funktioniert das denn? Wie kriege ich denn jetzt meine Binärzahl ins Zweierkomplement? Genau, sehr gut. Wir müssen invertieren und eine 1 addieren. Das einfache Invertieren hatte auch einen Namen, ne, wir erinnern uns, das hieß dann 1 Komplement. Und dann das Addieren, eine 1 auf die letzte Stelle. Ja, machen wir das mal. Wir invertieren, ähm, das heißt, wir haben 3 Einsen, eine 0, 2 Einsen, zwei Nullen, 0,10, plus die 1 und das würde addiert. Und jetzt müssen wir aufpassen bei der Zahl, die wir hier haben. Na, es gibt, ähm, das ist ja unterschiedlich. Äh, wir haben eine Kommazahl. Und das Wichtige ist, dass wir wirklich auf die allerletzte Stelle, also in dem Fall hier ganz rechts, dann auch die 1 addieren. Das heißt, wir addieren hier nicht einfach plus 1, sondern wir addieren plus 0,001 in diesem Fall. Das wollen wir einfach addieren, nehmen das Ergebnis. So, weil ich weiß, dass sich nicht viel ändert, kann ich das einmal von vorne runterschreiben, sonst müssen wir natürlich von hinten ganz normal die Addition machen. Der Vollständigkeit halber erinnern wir uns nochmal da dran, es gab auch noch so Dinge wie 9er Komplement. Das war hier, die 0 wird mit der 9 invertiert, die 1 mit der 8, die 2 mit der 7, die 3 mit der 6, die 4 mit der 5. Und das 10er Komplement war das 9er Komplement plus 1 auf letzte Stelle. Und ist dann das Äquivalent eigentlich zum 1er und 2er Komplement, was wir hier jetzt gerade hatten, aber eben aus dem Dezimalsystem. Insgesamt, für die Begrifflichkeit nochmal, gab es die Dinge wie b-1 Komplement, also sowas wie das 1er oder 9er Komplement, beziehungsweise das b Komplement einer Zahl. In beiden Fällen steht b dann für die Basis, wäre also das 2er bzw. 10er Komplement. Theoretisch könnten wir genauso dann eben auch ein 16er Komplement machen, wüssten, dass dann wir wohl das b-1 Komplement dafür brauchen, um das, das müssten wir damit dann, das fügen sie dann zur Inventierung. Das heißt, wir würden 0 mit der 15 dann tauschen, 1 mit der 14 und so weiter und dann eine 1 auf die letzte Stelle stellen. Also im Endeffekt kann man das nicht durchziehen. Normalerweise aber haben wir hier nur mit 1er, 2er Komplement zu tun und manchmal dann, zumindest hier in den Übungsaufgaben, 9er und 10er Komplement. Aber 1er und 2er Komplement ist ja tatsächlich das Wichtigste. Wir werden das jetzt nicht noch groß hier jetzt noch mal üben, aber denkt daran, dass das 2er Komplement ja eben die Idee dann auch hatte, dass wir dadurch dann eine Subtraktion durch eine Addition ersetzen können, weil wir dann statt die eine Zahl zu subtrahieren, dessen 2er Komplement addieren und in der Schaltung müssten wir uns dann nur darum kümmern, dass wir addieren können und nicht, dass wir noch subtrahieren können. Gut, aber ein wenig Subtraktion schadet auch nicht. Können wir vielleicht auch noch mal kurz machen. Einfach mal zwei Kommand zahlen. Wir erinnern uns daran, wie war das Ganze mit der Subtraktion. Im Endeffekt das Gleiche wie mit der, wie im Dezimalsystem. Ich schreibe das Ganze untereinander. Ein bisschen mit der Einrückung aufpassen. Und dann fange ich das an, schriftlich abzuziehen. Also ich gucke von hinten. Die 1 ziehe ich von der 1 ab. Das heißt, das heißt, es bleibt am Ende die 0 über. Ich ziehe eine 1 von der 0 ab. Das heißt, ich habe hier einen Übertrag, weil ich mal einen borgen muss von vorne. Und jetzt ziehe ich eine 1 durch den Übertrag halt eben von der 1 ab. Moment. 1 von der 1 ergibt natürlich 0. Ich bin beim Komma. 1 minus 0 ist 1. 0 minus 1 ist eine 1. Und ein Übertrag von 1. 1 minus 2 Einsen bedeutet, ich brauche einen Übertrag. Dann habe ich 3 Einsen minus 2 Einsen. Oder 2 minus 3. Nein, 3 minus 2. Habe dann eine 1 über. Irgendwo habe ich etwas falsch gemacht. Ne, doch richtig. Und, ja gut, die 1 ist dann auch weggezogen. Also ganz einfache Subtraktion, wie wir sie sonst auch kennen. Und wie war das mit der Multiplikation? Auch da ist es ja relativ ähnlich, wie wir es aus dem Dezimalsystem kennen. Wie machen wir eine Multiplikation, wenn wir das nicht einfach in den Taschenrechner eingeben können? Denn wir haben ja keinen Taschenrechner in der Klausur. Also meines Wissens jedenfalls nicht. Wie funktioniert eine Multiplikation im Dualsystem? 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 Wie schreibe ich das denn grob auf im Dualsystem? Ich will eine Zahl mit einer anderen Zahl multiplizieren. Genau, versetzt in Reihen untereinander. Ich gucke bei jeder Stelle eigentlich, ob das eine 0 oder eine 1 als Ergebnis hat. Wenn ich das Ganze erst mal untereinander schreibe, hoffe ich, dass mir das nicht die Formatierung bricht, dann sieht das Ganze so aus. Ungefähr da muss die 1 hin. Das heißt, ich gucke hier oben, ja, ich habe eine 1, das heißt, ich schreibe den Wert hier einmal hin. Ich habe nochmal eine 1, ich schreibe den Wert hier nochmal hin. Ich habe eine 0 und schreibe das vielleicht mit Nullen hin. Und nochmal eine 0, ja, dann kann ich die Nullen eben nochmal der Deutlichkeit halber hinschreiben. Die 1 sind noch eine 1. Heißt natürlich, dass ich hier eine ganze Menge Zahlen habe und eben gucken muss, das zu addieren. Was dazu führt, dass ich also wieder einen Übertrag brauche. Und der müsste, na, hat er tatsächlich sogar richtig reinkopiert. Genau, wo ich dann gucken muss. In dem Fall habe ich hier sogar den Fall, dass ich 1, 2, 3 plus den Übertrag 4 Einsen habe. Also im Endeffekt sogar 2 Einsen an Übertrag, weil ich die Zahl 20 habe. Das heißt, ich habe einen, wenn man von oben nach unten geliest, einen Übertrag von 10, also von 2 Einsen, von 2. Und das muss ich natürlich berücksichtigen, wenn ich hier weiterrechne. Bedeutet, dass ich hier sogar 2 Einsen hätte, plus noch 1, noch 3 Einsen, 4 Einsen und 5 Einsen. Wieder so einen großen Übertrag und in dem Fall eine 1 unten übrig bleiben würde. Heißt, dass ich auf folgenden Wert komme. Ich springe hier mal so ein bisschen und verkürze das, weil ich glaube, das Zusammenzählen müssen wir jetzt hier nicht üben. Das könnt ihr dann zu Hause nochmal machen und wir uns lieber dann ein paar mehr Sachen angucken heute. So, einmal gucken. Ich glaube, eine Stelle noch verschieben. Genau. Das wäre dann das, wenn wir das Ganze zusammenrechnen. Wie ich schon sagte, wir haben hier an dem Beispiel haben wir 1, 2, 3, 4 Einsen. Heißt also, Übertrag von 2 und die 0 bleibt hier. Hier haben wir 1, 2, 3 Einsen plus Übertrag von 2. Das heißt, wir kriegen den Übertrag von 2 und eine 1 dann auch hier. Natürlich so ein bisschen, muss man ein bisschen mehr gucken, wenn das so viele Zeilen sind. Das ist aber noch nicht ganz das Ergebnis. Eine Sache fehlt noch und das ist die Frage jetzt wieder an euch. Ich habe hier ja Kommazahlen miteinander multipliziert. Jetzt habe ich das Komma erstmal vollkommen weggelassen für meine Berechnung. Aber irgendwie muss ich mich darum nochmal kümmern. Wo muss ich denn jetzt mein Komma setzen? Wisst ihr das noch? Ja. Okay, ja, es sind 6 Stellen hinter dem Komma. Ja, soweit richtig. Die einfache Regel dafür war ja, dass wir einfach die ursprünglichen Nachkommastellen addieren. Wir haben 3 Nachkommastellen gehabt und 3 Nachkommastellen. Also 2 Kommazahlen mit 3 Nachkommastellen multipliziert. Das heißt insgesamt 3 plus 3 sind 6. Das heißt, wir werden 6 Nachkommastellen haben. Okay. Das sollte euch hoffentlich dann auch möglich sein, dass ihr sowas berechnen könnt. Und wir gehen damit weiter, bleiben immer noch bei Zahlen und Berechnungen und gucken mal ganz kurz Gleitkommazahlen an. Denkt dran, es gab auch Gleitkommazahlen, das Thema. Wir haben die Aufgabe, Dezimalzahlen in normalisierte 32-Bit-Gleitkommazahlen umzuwandeln. Dabei gilt, 1-Bit fürs Vorzeichen, 8-Bit für ein Exponent in XS 127 und 23-Bit-Mantisse. Es genügt, die ersten 8-Bit anzugeben. Das ist ein Format von Gleitkommazahlen. Das hatte einen Namen. Erinnert ihr euch noch, wie der Name dafür war? 1-Bit-Vorzeichen, 8-Bit-Exponent in XS 127, 23-Bit-Mantisse. Nö, ich bin mir sicher, ihr erinnert es, wenn ich es euch sage. IEEE 754. Mit anderen Worten, umgekehrt. Wenn es heißt, etwas in eine Gleitkommazahl nach IEEE 754 oder 32-Bit-Gleitkommazahl nach IEEE 754, dann 1-Bit-Vorzeichen, 8-Bit-Exponent in XS 127 und 23-Bit in die Mantisse. Alles gut, wenn ihr das jetzt nicht wusstet. Es ist ja viel. Und ihr habt ja noch ein bisschen Zeit bis zur Klausur. Und deswegen machen wir es ja auch jetzt, dass ihr ein bisschen noch besser schon mal vorbereitet seid für das Lernen für die Klausur. Wir fangen erstmal an mit der 10 und, ja, eine Idee, wie wir jetzt vorgehen. Wisst ihr noch, was wir jetzt da machen, wenn wir die 10 in dieses Format bringen sollen? Oder was ich aufschreiben kann? Irgendwas, was wir darüber wissens schon sagen können, rechnen können. Na, was gehört denn dazu? Also, wir wissen, es gibt ein Vorzeichen. Das heißt, wir müssen uns um Vorzeichen kümmern. Wir wissen auch, es gibt einen Exponenten. Das heißt, wir müssen uns gleich irgendwie um den Exponenten kümmern. Und es gibt eine Mantisse. Da müssen wir uns wohl auch drum kümmern. Ein Bit gilt fürs Vorzeichen. Was ist mein Vorzeichen? Na, Achtung. Genau, ich habe ein Bit, aber Ich muss ja gucken, habe ich eine positive oder eine negative Zahl vorliegen. Und das, ähm, im Endeffekt müsst ihr euch halt, das vielleicht sonst einfach, vielleicht könnt ihr euch das so merken, wenn ihr dann denkt, ähm, das Vorzeichen-Bit ist wie so eine große rote Fahne nach dem Motto, Achtung, lieber Rechner, pass auf, hier ist irgendwas, irgendwas, ähm, wo du ganz besonders drauf achten musst. Das hier ist was Besonderes, was anderes, also was nicht ganz einfach ist. Und deswegen ist das Vorzeichen-Bit nur dann gesetzt, also 1, äh, wenn die Zahl negativ ist. Weil wenn es eine positive Zahl ist, ist das ja relativ einfach zu handhaben, sagen wir mal, vergleichsweise relativ einfach zu handhaben, aber bei einer negativen Zahl muss der Rechner halt eben vielleicht ein bisschen mehr nachdenken oder mehr drauf aufpassen. Ja, also das, das Vorzeichen-Bit ist wie so eine große rote Fahne, die halt geschwenkt wird oder nicht geschwenkt wird, ähm, oder eine große blaue Rundum-Warnleuchte, ähm, die dann halt nur dann an ist, wenn es eine negative Zahl ist. Heißt in unserem Fall bei der 10, das ist ja eine positive Zahl. Und damit ist unser Vorzeichen-Bit 0, weil der Rechner das ganz einfach behandeln kann und nicht irgendwie groß, besonders sich um was Gedanken machen muss. Also, dann, ähm, den Exponenten. Beziehungsweise auch die Mantisse. Ähm, dafür müssen wir eine kleine Vorrechnung machen, bis wir die so direkt beschreiben können. Weil, eine Dezimalzahl kann ich jetzt nicht so, so einfach ad hoc mal umwandeln. Das heißt, ich sollte einmal gucken erstmal, was ist das für eine Dualzahl? 10 in tiefgestellter 10, also 10 im Dezimalsystem, ist 1,0, 1,0, tiefgestellte 2, also 1,0, 1,0 im Dual- oder Binärsystem. Das reicht aber noch nicht, diese einfache Info. Ich muss noch, muss noch ein bisschen weitergehen. Ähm, was muss ich machen, sobald ich die Zahl ins Binärsystem umgewandelt habe? Da gab es dann noch so einen, so einen Schritt, den ich dann, dann tun muss. Da noch mal irgendwie eine grobe Erinnerung. Ich sag mal vorsichtig, es hatte was mit dem Komma zu tun. Ja, richtig, genau. Normalisieren muss ich machen. Ähm, das heißt, ich muss dafür sorgen, dass die einzige Zahl, die links vom Komma ist, quasi nicht größer als meine Basis ist. Meine Basis ist 2 und, also, ja, nicht größer als meine Basis, dass die kleiner als meine Basis ist, so muss ich natürlich sagen. Äh, im Binärsystem, ich darf genau eine 1 vom Komma haben. Nicht mehr, nicht weniger für die Normalisierung und alles andere schiebe ich nach rechts. Also, 1,010. Das heißt, ich habe das Komma nach rechts geschoben. Jetzt muss ich überlegen, was das für meinen Exponenten bedeutet. Also, weil ich mache dann, im Endeffekt ist es ja, will ich die Zahl, den Wert ja nicht ändern. Das heißt, ich habe immer noch ein Mal 2 hoch irgendwas. Das könnt ihr noch mal kurz überlegen. In euch gehen, wenn ihr glaubt, ob ihr meint, mit der Zahl wird der Exponent jetzt größer oder kleiner. Aber am Anfang hatte ich ja, hatte hier, 1,010 mal 2 hoch 0. Jetzt habe ich das Komma, ne, wohin habe ich das geschoben? Ich habe das nach links geschoben. So, habe ich gerade rechts gesagt. Also, ich habe die Zahl vor meinem Exponenten kleiner gemacht. Und genau, da muss der Exponenten größer werden. Komma um drei Stellen verschoben. Mein Exponenten ist damit drei Stellen größer. Also, statt 2 hoch 0, 2 hoch 3. Wenn ihr euch unsicher sein solltet, in der Klausur gerade wie rum, das eigentlich, wird es jetzt größer oder kleiner, dann probiert das mit einem ganz kleinen Beispiel aus. Versucht dann immer ein kleines Beispiel zu finden. 2 hoch 3, Exponent 3 in, 3 ist ja eigentlich wieder so eine dezimale Angabe. Jetzt können wir den Exponenten auch noch in Dezimalschreibweise angeben. Das wäre dann 1,010 mal, naja, 2 wäre 10, hoch 1,1. Und jetzt können wir auch den Exponenten berechnen. Na, was ich schon weiß, Exponent ist 8 Bit insgesamt. Also, wer es nicht mehr weiß, aus dem IEEE 754 Format hat es hier tatsächlich sogar eine Aufgabenstellung. Das heißt, ich erweitere es auf 8 Bit insgesamt. Und jetzt gibt es einen Schritt, was ich machen muss, damit ich meinen Exponenten rauskriege. Ich nehme den Exponenten, den ich nach der Normalisierung habe. Erweitere den auf 8 Bit. Und was muss ich jetzt als nächstes tun? Und was muss ich jetzt als nächstes tun? Was ist der nächste Schritt? Ja, genau, Excess 127. Ich muss den in die Excess 127 Schreibweise bringen. Und das heißt, das ist am einfachsten, sich das tatsächlich wahrscheinlich einmal wirklich dann in den Kopf zu merken, zu pauken. Ich nehme meine Binärzahl und ich addiere dann 127 in Binär dazu. Das heißt, es ist eine 0 und 7 Einsen. Und wenn ich das mache, dann ist meine Zahl nachher im Excess 127 Format. So, aus Zeitgründen. Damit wir noch was anderes heute schaffen. Machen wir das Ergebnis hier hin. Dieser Übertrag ist an der falschen Stelle. Möpfe da ein. So, wenn ich das einfach dann binär addiert habe, habe ich dann mein Ergebnis und das ist mein Exponent. Und dann fehlt mir noch die Mantisse. Was ist jetzt die Mantisse für meine Zahl, für meine 10? Wenn ihr euch unsicher seid, dann überlegt mal, was haben wir vielleicht noch nicht verwendet? Was haben wir noch nicht verwurstet? Wir haben uns damit beschäftigt, ob hier irgendwie ein Minus vorsteht oder nicht. Ähm, Exponenten. Genau, das hinterm Komma. Also, ich habe ja hier meine normalisierte Zahl mit dem, was ich vor dem Exponenten habe. Die 1 lasse ich weg. Ich nehme nur das nach dem Komma. Das wäre 0, 1, 0. Und jetzt heißt es, genau, normalerweise wären es 23 Bit Mantisse. Es genügt, die ersten 8 Bit anzugeben. Wenn meine Mantisse aus der normalisierten Zahl kürzer ist, als die Breite von dem Platz, was ich für die Mantisse habe, dann darf ich es einfach auffüllen mit 0 nach rechts. Ändert den Wert ja nicht. Und wenn es jetzt heißt, ich brauche nur 8 Bit angeben, dann spare ich mir ein bisschen Schreibarbeit. Sonst würde ich jetzt ganz viele Nullen ergänzen müssen. Okay, und jetzt kann ich das Ganze zusammenfügen. IEEE 754. Heißt, ich habe mein Vorzeichen, die 0. Ich habe meinen Exponenten in XS 127 Schreibweise. Und als letztes die ersten 8 Bit meiner Mantisse. Okay. Das Ganze ist mit negativen Zahlen natürlich dann ähnlich. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Minus 0,375 anschauen, da würde ich erst wieder mir das Vorzeichen angucken. Wie eben schon gesagt, da ist ein Minus davor. Das heißt, da wird eine große Flagge gewunken. Achtung, Achtung, Achtung. Zahl hat was davor. Also 1. Und dann muss ich erst mal mir die Zahl umwandeln in digital, digital, nein, in binär. Von Dezimal nach binär 0,375 in Dezimal sind, dann geht das Kopfrechnen los, dann fängt man an, die es auseinanderzunehmen. Und müsste eigentlich bei 0,25 und 0,125 landen. Also, 1,5 kann ich nicht abziehen. Das heißt, 0, da ist auf jeden Fall 0. Das nächste wäre ein Viertel. Ein Viertel ist 0,25. Kann ich abziehen. Habe ich also drin. 0,375 minus 0,25 sind 0,125. Das ist genau ein Viertel. Und ein Viertel wäre die nächste Stelle. Also 0,1, 1 in binär. Und ich muss natürlich wie oben wieder normalisieren, das Ganze. Schiebe das Komma nach rechts um zwei Stellen. Was passiert mit meinem Exponenten jetzt? 0,1. Welchen Wert hat mein Exponent? Ich habe 0,011 normalisiert, Komma verschoben. Wie lautet mein Exponent? Genau, minus 2. Zweifel, merkt euch einfach, wenn das eine größer wird, wird das andere kleiner. Wenn das eine kleiner wird, wird das andere größer. Durch mein Komma verschieben, ist das vor dem Exponenten größer geworden. Also muss mein Exponent kleiner werden und das um die Anzahl der Kommastellen, die ich verschoben habe. Gut, auch hier einmal Exponenten. Ich habe jetzt meine 127, die ich prinzipiell addiere. 0,1, 1, 1, 1, 2, 1. Das ist ja meine 127 für den Exzess und eine Addition kann ich ja so rum und so rum machen. Ich mache ein plus minus 2, also eigentlich ist es das gleiche wie auch ein minus 2. Und deswegen kann ich jetzt auch einfach sagen, okay, dann mache ich halt minus 1, 0. Und ergibt mir dann fast das gleiche wie den Exponenten, nur 2 abgezogen. Das müsste der Wert sein. Die Mantisse ist natürlich der Rest meiner Nachkommastellen. Das war nur die 1. Das heißt, ich fülle entsprechend mit 7 Nullen auf. Das Ganze nach IEEE 754-Schreibweise aufschreiben. Bitte achtet wirklich darauf, wenn da steht, gebt es an als, ich habe das ja hier ein bisschen abgekürzt, die Aufgabenstellung. Aber wenn da in der Aufgabenstellung steht, dass ihr das Ergebnis in IEEE 754-Schreibweise auf angeben sollt oder ähnliches, dann bitte denkt da dran auch an sowas zu machen. Wenn in der Aufgabenstellung steht, dass ihr es in einer bestimmten Art und Weise am Ende noch angeben sollt, das Ergebnis. Ihr verschenkt euch sonst damit Punkte. Achtet also darauf, was die Aufgabenstellung genau von euch fordert. So, ich schreibe meine 1 fürs Vorzeichen, weil es negativ ist, meinen Exponenten in IEEE 754-Schreibweise und meine Mantisse. Und hätte damit auch das. So, jetzt haben wir ganz viel mit Zahlen gerechnet. Ich hoffe, ihr seid noch soweit bisher, dass ihr noch mitkommen konntet. Wenn zwischendurch irgendwo noch was unklar ist, dann bitte auch gleich dann direkt fragen, weil ich sonst halt eben mit den Themen natürlich auch weiter durchgehen würde. Passt alles, super. Und wenn nicht, wäre auch okay. Also, weil lieber hier nochmal, das ist ja das Gute, dadurch, dass ihr jetzt, also gerade die, die jetzt nicht sich einfach nur die Aufzeichnung angucken, sondern direkt auch dabei sind. Ich kann immer nochmal ein zweites Mal versuchen, was zu erklären. Aber dann würde ich sagen, dann gehen wir einmal weiter. Wir gucken uns Codierung an. Da gab es ganz viele Subthemen dazu. Und eine Aufgabenstellung in dem Bereich war, welcher dieser Codes ist zyklisch beziehungsweise einschrittig? Vielleicht erinnert ihr euch da noch dran, dass es das gab. Und die Frage, die sich dann hier also stellen würde, ich habe einen Code und Ja, was war denn zyklisch und einschrittig eigentlich noch? Gucken wir uns doch mal so den ersten Code an. Könnt ihr erkennen, ob dieser Code eins von beiden ist oder vielleicht gar beides, zyklisch oder einschrittig? Oder seid ihr euch noch unsicher mit der Definition von zyklisch und einschrittig? Vielleicht gucken wir uns doch nochmal die Definition an. Also, was hieß denn eigentlich einschrittig? Ja, verlesen passiert ganz schnell. Auch das ist hier noch nicht schlimm. In der Klausur wäre es natürlich, ja, wäre auch nicht jetzt unbedingt ein Beinbruch gleich sofort, aber ist natürlich dann immer schade, wenn man da vielleicht mal irgendwo noch einen Punkt verliert. Also, was hieß einschrittig? Einschrittig hieß, dass von einem Codewort zum nächsten Codewort ich immer einen Bit-Unterschied habe. Und wenn wir uns den Code hier anschauen, dann von der 0,1 zu 0,0 ändert sich ein Bit, nämlich das zweite. Von 0,0 zu 1,0 ändert sich das erste Bit und von 1,0 zu 1,1 ändert sich das zweite Bit. Das heißt, Code A ist einschrittig. Geben wir uns erstmal B und C durch und gucken, ob das einschrittig ist. Und dann gucken wir uns dann als letztes nochmal an, was zyklisch heißt. Ist B einschrittig oder ist B nicht einschrittig? Von einem Codewort zum nächsten Codewort von links nach rechts immer ein Bit, was sich ändert oder nicht. Also, ist B einschrittig oder nicht? Sollte eigentlich. Gucken wir uns mal an. Vom ersten zum zweiten ändert sich das dritte Bit. Vom zweiten zum dritten ändert sich das zweite Bit. Vom dritten zum vierten ändert sich das vierte Bit. Und nicht mehr. Also ist es einschrittig. Was ist mit dem letzten Code? Der ist nicht. Genau. Wenn wir uns den angucken. Vom ersten zum zweiten ändern sich zweite und vierte Bit. Und das sind zwei, nicht ein. Und vom zweiten zum dritten Codewort ändern sich gucken wir mal. das erste Bit ändert sich das zweite Bit ändert sich das dritte bleibt gleich das vierte bleibt gleich also erste und zweite ändern sich also ändern sich auch zwei Bits vom zweiten zum dritten. Man könnte dann in dem Fall weil es jeweils zwei Bits von einem Codewort zum ändern von einem zum nächsten Codewort sich ändern könnte man von zweischrittig reden. Aber definitiv nicht einschrittig. Ich schreibe es mal explizit auf. Und dann gucken wir uns jetzt also mal das Thema zyklisch an. Was heißt zyklisch? Zyklisch heißt wenn der Abstand zwischen zwei Codewörtern nicht nur von links nach rechts durchgehend gleich ist sondern auch noch vom letzten Codewort also dem was ganz rechts steht zum ersten Codewort das was ganz links steht auch noch der gleiche Abstand ist dann ist ein Cod auch noch zyklisch oder nur zyklisch. Wie ist das mit dem ersten? Ist er zyklisch oder ist er nicht zyklisch? Was sagt ihr? Ist der Abstand oder ändern sich genauso viele Bits vom letzten Codewort zum ersten Codewort wie zwischendrin von einem zum nächsten? Was hatten wir gesagt? Das sind ein ein Bit von einem zum nächsten und dann vom letzten zum ersten ist es auch genau ist ein Bit ist also tatsächlich auch zyklisch richtig was ist mit zwei also mit B ist auch zyklisch genau wir hatten hier auch einschrittig und vom letzten wenn wir schon wissen dass es einschrittig ist brauchen wir nur letzte und erste angucken vom letzten zum ersten ändert sich das zweite Bit und damit ist es dann auch zyklisch und was ist mit dem dritten? Was ist mit C? Was würdet ihr sagen? Okay höre auch zyklisch genau der ist tatsächlich auch zyklisch der ist zwar nicht einschrittig weil wir festgestellt haben der ist zweischrittig aber er ist zweischrittig zyklisch während also die ersten beiden einschrittig zyklisch sind ist der letzte zweischrittig zyklisch und in dem Fall sind tatsächlich alle sogar zyklisch ein Beispiel was halt nicht zyklisch wäre wenn ich nehmen wir mal 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 ich muss gerade nachdenken das müsste passen wenn ich die drei hier hätte die drei Codewörter dann würde ich vom ersten zum zweiten zwei Bits ändern und vom zweiten zum dritten würde ich zwei Bits ändern aber vom letzten zum ersten würde ich ne stimmt gar nicht das sind auch zwei Bits der ist auch zyklisch ich bin heute zu schlecht da drin zyklische ich kriege heute irgendwie nur zyklische irgendwie hin das ist doch witzig okay vergessen wir mal die Schrittigkeit und nehmen wir einfach so einen Code meinetwegen der ist jetzt nicht in irgendeiner Form schrittig aber jetzt haben wir auf jeden Fall den Unterschied dass wir den Abstand den wir vom zweiten haben die zwei Bits ich bringe mich heute selber echt nur durcheinander einfaches Beispiel ein einfaches wir brauchen ein einfaches Beispiel das 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 ihr seht es ist manchmal gar nicht so einfach sich das mal eben zu zu konstruieren was man gerade haben will als Beispiel so das funktioniert aber also 0 1 zu 0 0 ist ein Bit 0 0 zu 1 0 ist ein Bit ist einschrittig vom letzten zum ersten 1 0 zu 0 1 ändern sich aber zwei Bits und damit ist an der Stelle der Code zwar einschrittig aber er ist nicht zyklisch so jetzt haben wir auch ein Beispiel dafür genau weiter in den Bereich Codierung gehört ja auch dazu so eine schöne Aufgabe wie für P von A gleich 0,1 wir erinnern uns da dran P von A das beschreibt immer Wahrscheinlichkeit für ein Element P von B gleich 0,2 P von C gleich 0,4 P von D gleich 0,3 eine Codierung anzugeben A nach Huffman B nach Fano da gab es ja so Codierung wir sollen also anfangen oder wir würden mal anfangen mit einer Codierung nach Huffman ich habe also Elemente mit Wahrscheinlichkeiten was muss ich machen um nach um jetzt eine Codierung nach Huffman an zu ja zu bekommen das was du jetzt gerade geschrieben hast oder was hier geschrieben wurde dieses möglichst gleiche Gruppen bilden das ist tatsächlich die Codierung nach Fano das machen wir halt erst mal Fano warum auch nicht gut machen wir das zuerst aber das wäre dann B wir wollen möglichst gleiche Gruppen bilden dafür muss ich aber eine Sache vorher machen bevor ich die Gruppen bilde ich muss meine Wahrscheinlichkeiten sortieren jetzt die 50-50 Chance Codierung nach Fano aufsteigend oder absteigend sortieren ja absteigen genau richtig manchmal lohnt es sich sich einfach auch zu trauen also wir sortieren absteigen das größte ist C mit 0,4 D dann mit 0,3 dann habe ich B mit 0,2 und A mit 0,1 und wie eben schon richtig gesagt dann geht es darum möglichst gleiche Gruppen zu bilden und dabei nicht die Reihenfolge mehr auseinander zu reißen die bleibt bis zum Ende quasi gleich und ich gucke 0,4 und 0,3 zusammen wäre 0,7 da hätte ich noch 0,3 Rest also in der Mitte teilen ist schon mal doof ich brauche ein bisschen mehr auf der rechten Seite dann habe ich 0,4 und 0,6 das ist besser schon mal anders kann ich es gar nicht ausgleichen das heißt ich würde hier teilen und auf der linken Seite würde ich dann schon mal die Codierung der 0 zuweisen auf der rechten Seite die 1 links bin ich fertig weil ich nur noch ein Element habe rechts gehören irgendwie noch mehr dazu das heißt 1 mit irgendwas gefolgt nun muss ich den Teil hier weiter teilen ich habe noch d b und a teile wieder gleiche Gruppen möglichst gleich also Wahrscheinlichkeit 0,3 0,2 0,1 kann man hier schon relativ gut sehen 0,3 und 0,3 wäre natürlich das Optimum von gleichen Gruppen links die Codierung der 0 rechts der 1 und da das zweite Ebene ist ist da schon was davor links bin ich fertig beim d rechts b und a da muss ich gleich noch mal aufteilen da kommt also noch was hinter nehme also b und a mit 0,2 und 0,1 teile das nochmal in der Mitte durch füge links an das was ich schon hatte für die Codierung die 0 an rechts die 1 und jetzt kann ich meinen Code ablesen für die einzelnen Elemente a, b, c und d und machen wir mal ein Beispiel was wäre denn mein d hier Dora was wäre die Codierung fürs d das wäre die 1,0 richtig genau weil ich dann im Endeffekt hier einmal gucke also d hat eine 1 am Anfang und dann ist tatsächlich die 0 als nächstes c ist einfach nur die 0 b ist eine 1 dann kommt hier noch eine 1 und eine 0 und a ist eine 1 noch eine 1 und noch eine 1 also dreimal die 1 und damit habe ich eine Codierung nach Fano angegeben ok Fano also das absteigend sortieren und dann möglichst gleiche Gruppen bilden wie wäre das wenn ich die gleichen Elemente nehme und eine Codierung nach Huffman baue ähm gibt da noch so einen Begriff dazu was nutze ich denn da wenn ich eine Codierung nach Huffman baue ok ok zwischendrin die Frage ob das vom Umfang her eine Klausuraufgabe sein könnte ähm ich würde vermuten dass in der Klausur wahrscheinlich noch mal irgendwie vielleicht noch mal zwei, drei Elemente mehr sind ein bisschen größer das Ganze weil das jetzt relativ wenig ist aber so vom einfachen vom Typ könnte das das sein dann vielleicht noch irgendwie eine Verständnisfrage dazu ähm wie viele Punkte es dafür gibt das kann ich euch jetzt natürlich auch nicht sagen weil das ja auch ein bisschen davon abhängt wie groß das halt ist wie viel noch drumherum dann bei der Sache ist genau ähm ich weiß gar nicht ob äh manchmal manchmal gab es ja auch eine Probeklausur die Andreas Mier daraus gegeben hat ich bin gar nicht sicher ob er das irgendwie getan hat ansonsten ähm an der Stelle denkt auch da dran es gibt das Gedächtnisprotokollsystem der der Fachschaft also wo dann ähm andere Kommilitonen die vor euch mal eine Klausur geschrieben haben in RSB oder auch in anderen anderen Fächern nach der direkt nach der Klausur sich hingesetzt haben und versucht haben aus dem Gedächtnis dann die 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 Klausuraufgaben aufzuschreiben die könnt ihr auch super zur Vorbereitung rechnen dann habt ihr auch ein gutes Gefühl meistens ist es relativ umfangreich und wenn ihr sowas nutzt seid einfach so fair tut euch vielleicht mal mit ein paar Kommilitonen von euch zusammen nach einer Klausur und schreibt selber ein Gedächtnisprotokoll oder wenn ihr selber alle Aufgaben auch wisst dann vielleicht auch selber und ladet das dann ins Gedächtnisprotokollsystem für die nächsten hoch das ist eine sehr hilfreiche Sache ich kann nur dafür Werbung machen ich darf dafür ja auch Werbung machen ich kriege dafür ja keine Haue zumindest kann mir keiner dafür Haue geben nutzt das eben zur Übung dann seht ihr auch so ein bisschen noch besseren Klausurumfang wir brechen jetzt herunter wir können gar nicht alles in der Tiefe machen weil ich will mehr Themen haben und nicht nur die Tiefe alle einer Themen und selbst dann können wir nicht alles so schon wieder soweit abgeschwimmen Huffman es gibt einen Begriff dazu es gibt sowas das nennt sich was nutzen wir bei Huffman Huffman fängt so an mit Wurzeln hat so B drin Wurzeln Blätter was brauchen wir für eine Huffman Kodierung Baum ja genau wir machen Huffman Bäume okay dann müssen wir auch natürlich am was heißt natürlich auch also wir müssen eine Sache machen wenn wir eine Kodierung nach Huffman machen wollen wir müssen auch hier sortieren und das ist das genau andersrum wie bei Fano bei Huffman müssen wir von klein nach groß die Wahrscheinlichkeiten sortieren vielleicht ganz blöde Merkhilfe ein Baum wenn er wächst dann fängt er ja auch erstmal klein an und wird immer größer in der Natur das heißt wir fangen an mit der kleinsten Wahrscheinlichkeit wenn wir die sortieren vielleicht blöd aber vielleicht hilft es euch also A 0,1 B 0,2 D 0,3 und C 0,4 was muss ich jetzt machen um zu meinem Baum zu kommen nachdem ich sortiert habe wie sieht da so ein Schritt aus ich muss ja irgendwie wenn ich so einen Baum haben will der bestand ja aus Knoten und Kanten ich muss jetzt irgendwie also zu meinen Knoten kommen was muss ich dafür machen naja ich genau ich füge ich doch mal mit Zunge heute also ich muss zwei Elemente zusammenfassen und zwar die beiden kleinsten Elemente das sind A und B und dann genau richtig gesagt das ist der wichtige Punkt ich muss dann denken die auch wieder neu einzusortieren das was ich zusammenfasse also ich habe 0,1 und 0,2 das hätte jetzt ein Gesamtergebnis von 0,3 ist ein Knoten an dem A mit 0,1 hängt und B mit 0,2 und diese 0,3 muss ich einsortieren C mit 0,4 ist relativ einfach das gehört dann rechts davon und bei dem D hier den 0,3 hätte ich jetzt tatsächlich die Möglichkeit mich zu entscheiden ob ich es links oder rechts davon einsortiere weil das die gleiche Wahrscheinlichkeit hat bei 0,3 dann darf ich frei entscheiden ob ich es links oder rechts hin tue kann dazu führen dass der Baum am Ende anders aussieht als jemand anders der die gleiche Aufgabe dann anders sortiert wäre aber trotzdem das korrekte Ergebnis und ich würde es jetzt einfach mal rechts hin tun weil es geht links rum links davon wäre aber genauso richtig jetzt nehme ich dann wieder die beiden linken Elemente in dem Fall ist das zufällig unser Wurzelknoten auch mit drin muss aber nicht sein hätte jetzt auch sein können dass das zwei Einzelelemente sind die zufällig links davon stehen füge die wieder zu einem neuen Knoten zusammen 0,3 und 0,3 ist die Wahrscheinlichkeit 0,6 da hängt dann mein 0,3er Knoten drunter an dem das A hängt und das B hängt mit ihren jeweiligen Wahrscheinlichkeiten und dann auf der rechten Seite das D mit 0,3 ich habe 0,6 den Knoten sortiere ich dann wieder mit dem Rest ein was fehlt hier noch das C fehlt noch 0,4 das ist kleiner das heißt das kommt links davon und ich muss tatsächlich nochmal das Ganze zusammenfassen den Schritt machen wir dann hier hin 0,4 0,6 macht 1 als Wurzelknoten meistens ist der Wurzelknoten 1 außer der Ersteller der Aufgabe hat nicht aufgepasst ich habe eine 1 mit 0,4 ich habe mal hier den 0,6er Knoten mit dem 0,3er Knoten und dem D ebenfalls mit dem Wahrscheinlichkeitswert 0,3 und hier unten A und B mit ihren Wahrscheinlichkeiten und dann habe ich tatsächlich alle Elemente in den Baum untergebracht nachher gibt es keinen einzelnen es ist ein zusammenhängender Baum und es gehört natürlich auch hier eine Kantenbeschriftung dazu dass ich hier schön ausgelassen habe am Anfang dass ich natürlich auch die wahrscheinlich die 0 und 1 an Kantenkodierung habe prinzipiell könnt ihr es auch genau umgekehrt machen 1 und 0 so und dann kann ich von oben nach unten auch hier meine Kodierung ablesen das heißt ich habe A, B, C und D was wäre denn hier meine Kodierung für das A genau das wäre 1, 0, 0 ich gehe von den Wurzelknoten aus die entsprechenden Kanten lang 1, 0, 0 dann bin ich bei A und 1, 0, 1 ist das B 1, 0 ist das C und 1, 1 das D in dem Fall ist also Kodierung hier bei gleichen Wahrscheinlichkeitselementen mit dem wir gestartet sind ist zwar unterschiedliche Werte bei Aufgabenteil A und B aber tatsächlich sogar zufälligerweise gleiche Codewortlängen das muss nicht unbedingt der Fall sein kann der Fall sein und eine Sache gilt für beide Kodierungen die wir angegeben haben die erfüllen eine gewisse Bedingung wie hieß die nochmal und was sagte die aus die Bedingung welche Bedingung erfüllen sowohl eine Kodierung nach Huffman als auch eine Kodierung eine Kodierung nach Fano als auch eine Kodierung nach Huffman erinnert ihr euch daran noch es gab diesen schönen Namen Fano Bedingung was sagte die nochmal aus die Fano Bedingung die Fano Bedingung sagt dass kein Kodewort der Anfang eines anderen Kodewortes ist das heißt wenn ich hier so ein Kodewort habe wie die 0 schließt das aus dass es irgendein Kodewort gibt was mit 0 anfängt und wenn ich ein Kodewort habe wie 1 0 dann darf es kein Kodewort geben was mit 1 0 anfängt wir erinnern da gibt es keine Zweideutigkeiten das ist ganz eindeutig dann ist hier die Grenze und 1 1 1 dann ist auch hier die Grenze und dann ist es vorbei genau heißt Fano Bedingung gilt aber genauso auch für eine Kodierung nach Huffman dann ja wir haben ja wir schon ein bisschen Wahrscheinlichkeiten insofern kommen wir von Kodierung so ein bisschen weg in Richtung Wahrscheinlichkeiten und erinnern uns dran dass es auch so Dinge gab wie Entropie berechnen also wir werfen eine präparierte Münze in dem Fall und sagen dass ein Viertel aller Würfe Kopf ergibt wir haben noch ein paar Hinweise dazu Logarithmus zur Basis 2 von 1 Zehntel entspricht ungefähr minus 3,3 und Logarithmus zur Basis 2 von x mal y ist das gleiche wie Logarithmus zur Basis 2 von x plus Logarithmus zur Basis 2 von y das ist eine der Logarithmen rechten Regeln könnte uns vielleicht beides helfen wenn wir uns das angucken 1 Zehntel aller Würfe ergibt Kopf das wissen wir Normale Münze hat Kopf und Zahl das heißt wir haben Wahrscheinlichkeiten die damit reinspielen nämlich die Wahrscheinlichkeit von Kopf und die Wahrscheinlichkeit von Zahl Zahl Aufgabentext sagt uns ein Zehntel alle Würfe ergibt Kopf das heißt die Wahrscheinlichkeit für Kopf ist ein Zehntel präparierte Münze also keine normale und zumindest wenn wir jetzt davon ausgehen es gibt keine anderen Infos und das was was man normal kennt das heißt der Gegenteil die Zahl hat dann eine Wahrscheinlichkeit von neun Zehntel ok jetzt haben wir Wahrscheinlichkeiten für die Ereignisse die eintreten können und damit können wir die Entropie also den Erwartungswert auch so mit berechnen und da gab es eine Formel für diese Formel könnt ihr nochmal kurz überlegen ob euch die noch einfällt ob ihr die vor Augen habt und da müsst ihr euch die müsst ihr euch leider sonst irgendwie merken es gab einmal eine Schreibweise mit minus und einmal ohne minus wir mal mal logarithmus zur Basis 2 von Pi also wir nehmen nicht nur die Wahrscheinlichkeit aller Elemente sondern mal dem Logarithmus von den Wahrscheinlichkeiten der Elemente und das wird alles aufsummiert und und dann auch noch ein Minus davor dann kann ich das jetzt eintragen minus jetzt muss ich gucken also was sind meine Ereignisse die ich habe Kopf und Zahl mit Wahrscheinlichkeiten 1 Zehntel und 9 Zehntel da das eine Summe ist mache ich das für jedes Ereignis jedes Ereignis einzeln und das Minus ist vor dem Summenzeichen also mache ich erstmal eine große Klammer da drum Klammer auf vielleicht hier hinten Klammer zu hoffentlich reicht der Platz erstes Ereignis Kopf 1 Zehntel Wahrscheinlichkeit Pi heißt ich bin jetzt beim Element i i ist jetzt Kopf das erste und die Wahrscheinlichkeit ist 1 Zehntel das heißt ich schreibe 1 Zehntel hin mal Logarithmus zur Basis 2 von 1 von Pi also Logarithmus zur Basis 2 von 1 Zehntel damit habe ich das Ereignis Kopf abgehakt jetzt brauche ich noch das Ereignis Zahl mit 9 Zehntel es ist eine Summe kennen wir aus der Mathematik oder kennt ihr hoffentlich auch aus der Mathematik das heißt ich summiere das nächste auf dadurch dass hier ein Mal ist bindet das hier sowieso stärker brauche ich also nicht noch extra irgendwelche Klammern setzen zweit Ereignis hat die Wahrscheinlichkeit 9 Zehntel das ist mein Pi in dem Fall für das Ereignis Zahl mal Logarithmus zur Basis von 2 von dem Ereignis also Logarithmus zur Basis 2 von 9 Zehntel das war's mehr Ereignisse habe ich nicht hätte ich mehr Ereignisse zum Beispiel beim Würfelwurf könnte man es haben da hat man ja meistens 6 Seiten oder man kann auch irgendwelche anderen Sachen werfen dann müsste ich hier mit plus weitere Ereignisse hinzufügen und dann entsprechende Wahrscheinlichkeiten so kann ich aber schon anfangen auszurechnen und gucke von vorne angefangen die 1 Zehntel bleiben mal Logarithmus zur Basis 2 von 1 Zehntel ach ist das nett das steht in den Hinweisen habe ich es mir ein bisschen einfacher gemacht das heißt weil ich ja keinen Taschenrechner habe habe ich hier das Ergebnis gegeben es kann sein wenn es eine Entropie Berechnungsaufgabe gibt dass manchmal vielleicht dann sowas da auch steht wenn das Ganze gerade nicht da steht dann müssen wir unter Umständen überlegen ob wir eine Schätzung machen können für einen Logarithmus und das könnte uns vielleicht gleich auch nochmal blühen minus 3,3 dann plus jetzt die 9 Zehntel soweit noch gut mal Logarithmus zur Basis 2 von 9 Zehntel jetzt kann ich halt überlegen ich könnte es einfach so ja vielleicht weiß ich gerade aus dem Kopf was der Logarithmus zur Basis 2 von 9 Zehntel ist vielleicht weiß ich es aber auch nicht wenn ich es nicht weiß kann ich nutzen was ich weiß was weiß ich Logarithmus zur Basis 2 von 1 Zehntel den kann ich rechnen und ich kann so einen Logarithmus auseinander nehmen dafür ist diese zweite Rechenregel 9 Zehntel ist das gleiche wie 9 mal 1 Zehntel also wenn ich einen Logarithmus zur Basis 2 von 9 mal 1 Zehntel habe kann ich das auch mit einzelnen Logarithmen schreiben habe ich einmal den Logarithmus zur Basis 2 von 9 plus den Logarithmus zur Basis 2 von 1 Zehntel ich hoffe ihr könnt mir noch folgen sonst schreit rein wenn euch irgendein Schritt unklar ist gut genau ihr seid noch da und könnt noch folgen gut wir gucken weiter nächste Zeile was können wir machen 1 Zehntel mal minus 3,3 das lässt sich relativ einfach zusammenziehen das Minus nach vorne die 3,3 nach oben sind minus 3,3 Zehntel plus die 9 Zehntel bleiben erstmal noch die stehen hier nochmal vor der Klammer die Klammer sind ja zwei Klammern jetzt und jetzt muss ich hier gucken Logarithmus zur Basis 2 von 9 wie war das nochmal mit Logarithmen Logarithmen Logarithmus zur Basis 2 heißt eigentlich nichts anderes als 2 hoch wie viel also 2 hoch Fragezeichen ergibt 9 und ja was weiß ich ich weiß 2 hoch 3 ergibt 8 2 hoch 4 ergibt 16 das sind so Dinge die ich so einfach weiß und jetzt bei Logarithmen habe ich dann halt nicht nur eine einfache Ganzzahl hier oder eine natürliche Zahl theoretisch Minuswerte sondern ich kann das versuchen anzunähern und wenn ich mir das angucke 2 hoch 3 8 2 hoch 4 16 dann bin ich mit 9 ja irgendwie viel viel dichter eine 8 also könnte ich jetzt sagen ist vielleicht ungefähr 3,1 oder 3,2 keine Ahnung nehmen wir mal 3,2 ungefähr Logarithmus ist ja nicht so gleichmäßig verteilt nehmen wir mal ungefähr 3,2 das ist dann die Schätzung an der Stelle die ich irgendwann machen muss und so kann ich dann auch ohne Taschenrechner mit einem Logarithmus umgehen 3,2 und Logarithmus zur Basisfall von 1 Zehntel weiß ich dass das minus 3,3 sind aus dem Aufgabentext der netten Hilfe sonst müsste ich das halt eben auch schätzen irgendwie jetzt habe ich schon mal die ganzen Logarithmen weg und fange an das nochmal weiter auszurechnen die minus 3,3 Zehntel in dem Fall ist es tatsächlich gleich hilfreicher wenn wir die nochmal als Zehntel behalten weil wir hier schon sehen dass wir was haben werden was multipliziert wird und uns zu Mehrwerten mit Zehnteln führt dann haben wir noch die 9 Zehntel mal 3,2 minus 3,3 ist minus 0,1 heißt ich habe minus minus 3,3 ups da ist kein Platz mehr ein bisschen größer machen minus 3,3 Zehntel das war immer noch plus 9 Zehntel minus 0,1 ist im Endeffekt kommt da Minus raus und 9 mal 0,1 ist 0,9 also ist das minus 0,9 Zehntel jetzt seht ihr warum ich diese 3,3 behalten habe weil ich das hier wie gesagt schon gesehen habe dass hier da was mit Zehntel rauskommt und minus 3,3 minus 0,9 sind minus 4,2 Zehntel und das Ganze nochmal mal minus 1 sind also 4,2 Zehntel oder auch einfach 0,42 und wir haben nicht mal einen Taschenrechner dafür gebraucht sondern ein bisschen das was hier mit Hilfe hat es schneller gemacht und wie gesagt das abschätzen das ist ganz wichtig dass ihr so grob könnt gut wir sind kurz vor 8 ich hätte noch ich sag mal zwei Themen wäre ganz gut wenn wir da noch mal rangehen habt ihr das könnt jetzt blöd läuft kannst natürlich aber doch nochmal so eine halbe stunde dauern geht das noch oder eher so 15 20 minuten sag mal gerne grobe rückmeldung sonst haben wir nächste woche so viel dann wird es nächste woche richtig eng dann weg von der entropie zum nächsten wir sollen die read maler form einer funktion machen nach jemini read maler form erinnern wir uns mal ganz dunkel in welchem kontext gab es den read maler form read maler form war bei konjunktive und disjunktive normal form in dem bereich war das auch konjunktive disjunktive normal form die werden wir nächste woche noch mal machen wenn ihr wollt jedenfalls wenn ihr da seid und da werden wir uns mit kv diagrammen beschäftigen aber read maler form gab es ja auch noch und erinnert ihr euch überlegt mal überlegt mal für euch erinnert ihr euch eigentlich noch was bei read maler form so speziell war oder was da eigentlich zugehörte wie die aussahen es gibt ein element was sehr prägnant bei der read maler form einem auffällt ein symbol was bei read maler form andauernd auftaucht welches war das erinnert ihr euch daran noch dran was sieht man ganz ganz viel in read maler form kann darin eigentlich erkennen dass es eine read maler form sein könnte das x ohr richtig genau super perfekt die read maler form ich brauche noch mal Platz die read maler form sie erlaubt uns nur bestimmte dinge nämlich das x ohr was dieses kreis mit plus war das and und direkt den wert 1 und dann gibt es so ein paar regeln die einem helfen bei der rechnung mit read maler form beziehungsweise bei dem ersetzen von sachen dazu gehört dass wir die negation einer variablen zum beispiel negation von a ersetzen dürfen durch a x or 1 außerdem brauchen wir irgendwas womit wir ein oder loswerden das heißt a oder b dürfen wir auch schreiben a x or b x or a b und und schlussendlich a x or a also ein Wert x or mit sich eine variable x or mit sich selber in gleicher form hebt sich auf weil das kann nicht beides gleichzeitig gültig sein und da kommt dann 0 raus beziehungsweise darf dann dieser Teil weggelassen werden das wird uns gleich helfen wenn wir die formel x1 oder nicht x2 und x3 umrechnen also was haben wir x1 oder nicht x2 und x3 was können wir jetzt machen welchen schritt könnten wir jetzt als erstes machen zur berechnung vorschläge was machen wir als erstes damit mit der formel welche rechenregel wollt ihr vielleicht anwenden die ihr sonst kennt oder die wir hier aufgeschrieben haben okay die negation rausnehmen genau negation stören hier so ein bisschen die wollen wir irgendwie vielleicht loswerden das macht man meist relativ früh wenn man eine formel in der riedmaler form bringt und insofern machen wir das mal wir haben dann x1 oder Klammer dazu wir setzen nicht x2 wie das a hier durch x2 x1 1 noch mal die Gesamtklammer zu hier und mit x3 noch verundet oder multipliziert gut nächster schritt was würdet ihr als nächstes tun das oder genau wir gucken uns mal an irgendwie am einfachsten ist es meistens von innen nach außen sich vorzuarbeiten hier haben wir gar keine andere Wahl das wäre jetzt so ein bisschen sehr komplex manchmal kann es sein dass man natürlich bei der umformung auch einen falschen weg abbiegt wobei es ist falscher weg also ganz falsch gibt es nicht wenn ihr sauber alles durcharbeitet kommt ihr immer zu einem richtigen ergebnis aber es könnte halt sein dass ihr eventuell mal zwei drei schritte mehr habt die dem fall genau das oder gucken wir uns an a oder b ist a x or b x or ab also das was ich links und rechts von dem oder habe einmal einzeln und einmal verundet oder multipliziert heißt ich habe einmal x 1 das ist so wie das a x or dem was ich also x2 x1 und jetzt muss ich das ganze noch mal miteinander verknüpfen dann also noch mal das x or von x1 von x1 und hier x2 x or 1 worum müsste das so sein na das ist dann so dass das ab was ich hier habe und als letztes noch x3 und dann kann ich jetzt noch mal gucken was fehlt mir hier noch was habe ich hier sonst noch an problematischen sachen wenn ich hier was habe wie ein x or mit etwas dann in klammern mmx or das ist auf gleicher ebene macht keine unterschiede das heißt da kann ich die klammer schon weglassen kommen nun zu x1 x or x2 x or 1 und muss mir jetzt hier das noch angucken mit x1 und dann in klammern x2 x or 1 also im endeffekt einmal gucken dass ich beides einmal miteinander multipliziere habe dadurch x1 und x2 zusammen das Ganze ist mit x or verbunden hier in der klammer also ist die verknüpfung zwischen den termen hier ein x or und habe nochmal x1 1 oder x1 und 1 klammer zu mal dem x3 und jetzt als letztes noch einmal die ganze große klammer hier mit dem x3 multiplizieren ich habe x1 x3 erster term x or x2 x3 x or 1 x3 x or x1 x2 x3 x1 x1 x3 x1 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 dann habe ich alle klammern aufgelöst alles ausmultipliziert und dann fängt es an dass ich hier nochmal mir mit den einsen beschäftige wenn die einsen nicht alleine stehen sondern mit anderen termen zusammen sind dann kann ich die hier entsprechend weg streichen die fallen also schon mal weg aus 1 x3 wird dann x3 und aus x1, 1, x3 wird dann x1, x3. Und was muss ich jetzt noch machen? Letzter Schritt. Worauf muss ich jetzt noch mal gucken? Guck noch mal genau hin. Bin ich schon fertig? Doppelte streichen. Richtig, genau. Denn x1, x3 ist hier vorne und ist hier hinten. Das wird einmal gestrichen. Denn a, x oder a gleich 0. Das heißt, das wird weggestrichen. Achtet darauf, wenn ihr so ein Term nicht nur zweimal habt, sondern dreimal, dass dann einer davon stehen bleibt. Also wenn ihr eine ungerade Anzahl habt, bleibt einer stehen. Wenn ihr eine gerade Anzahl habt, dann lösen die sich alle gegenseitig auf. Habt ihr viermal genau den gleichen Term, dann würden die sich auch quasi wieder alle auflösen. So, und was haben wir da noch? Hier ist noch x2, x3, hier ist ein x3 und hier ist x1, x2, x3. Ja, das bleibt dann halt eben übrig. Und das heißt, das Ergebnis ist x2, x3, 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 x1, x2, x3. Einfach schickweise durchgehen. Die Rechenregeln, die solltet ihr halt im Kopf haben. Dass ihr die, die ihr auf jeden Fall dann parat habt. Und erinnert euch gut daran, dass nur x1 und 1 für Riedmallerform erlaubt ist. Falls es irgendeine Aufgabe mit Riedmallerform gibt, weiß ich ja alles nicht. Also wie ich vorhin schon sagte, und ich kann es gar nicht häufig genug sagen, ich habe keine Ahnung, was in der Klausur ist. Ich weiß immer nur, was in den letzten Jahren mal drin war. Und vielleicht ist manches davon in diesem Jahr wieder drin, manches nicht. Insofern versuche ich einfach eine Basis mit euch zu legen, dass ihr auf der aufbauen könnt, wenn ihr euch dann noch weiter vorbereitet. So, ein Thema noch für heute. Oder vielleicht zwei, wenn wir mal gucken. Wir haben die Riedmallerform soweit durch. Dann springe ich nochmal zu dem Thema. Ja, das hat so ein bisschen auch was mit Codierungstheorie zu tun. Aber auch mit anderen Themen, die wir benutzt haben. Und zwar die Frage, wie ist die Hemming-Distanz des folgenden Codes? Also ich habe ja einen Code gegeben mit mehreren Codewörtern. Und die Frage ist nach der Hemming-Distanz. Wie war die Hemming-Distanz definiert? Wisst ihr das noch? Hemming-Distanz eines Codes. Ja, gut. Dann ist auch gut. Also darunter verstehen wir das Minimum der Abstände zwischen verschiedenen Wörtern eines Codes. Also das Minimum aller Abstände. Ich muss mir also dafür die Abstände angucken, so wie vorhin auch mit dem Thema zyklisch und einschrittig. Und schaue dann also und sehe, wie ist der Abstand hier zwischen dem ersten und dem zweiten Codewort. Wie viele Bits unterscheiden sich zwischen dem ersten und dem zweiten Codewort hier? Wie viele bleiben gleich? Wie viele ändern sich? Die, die sich ändern, das ist der Abstand oder die Distanz zwischen zwei Codewörtern. Drei. Genau. Und das mache ich zwischen allen Codewörtern. Ähnlich wie ich es vorhin auch mit zyklischen einschrittigen Codes gemacht habe. Und das sind dann nämlich nochmal wieder drei. Das sind hier auch drei. Aber hier ändern sich die letzten drei. Hier ändern sich die ersten drei. Dann ändern sich hier nochmal wieder die ersten drei. Also auch drei. Und beim letzten sind es auch drei. Das erste und die letzten beiden. In dem Fall ist der Abstand also bei allen gleich. Das macht es für uns halt eben sehr einfach. Das bedeutet, dass unsere Hemming Distanz den Wert 3 erhält. Aber es kann halt auch sein, dass wir unterschiedliche Abstände haben. Also dass es mal zwei Bits und mal drei Bits jetzt beispielsweise werden. Und dann ist es eben wichtig, dass es das Minimum der Abstände haben. Ist der kleinste Abstand, wäre der dann zwei. Dann würde die Hemming Distanz auch zwei sein. Was man jetzt damit anfangen kann, ist, dass wir sagen, wir gucken auf Fehler korrigierende Codes und Fehler erkennende Codes. Übrigens hatten wir da ja auch was, wo wir dann so ein bisschen berechnet haben und so ein paar Sachen gemacht haben in den Aufgaben. Angenommen, wir hätten jetzt einen Code mit Hemming Distanz 9. Ja, den brauchen wir jetzt gar nicht direkt irgendwie haben. Das war jetzt nicht gut. Angenommen, wir haben einen Code mit Hemming Distanz 9. Dann können wir daraus direkt relativ schnell schließen, wie viele Bitfehler erkannt und welche korrigiert werden können. Wie wäre die kleine, sehr, sehr kleine, kurze Berechnungsvorschrift, um zu berechnen, auf Basis der Hemming Distanz, wie viele Bitfehler wir erkennen können. Daran noch eine Erinnerung? Ja. Na, ist schon eine Weile her. Geht man zwischendurch eine kleine Hilfe. Wenn wir sagen, Hemming Distanz 9, dann heißt das, dass d den Wert 9 hat. Und die Berechnung, die wir machen können, die Berechnungsvorschrift, das müssen wir zum Glück jetzt nicht beweisen, dass das so gilt. Die Berechnung, die wir machen können, ist, dass erkennen können wir Codes bis zu d-1. Heißt in unserem Fall, 9 minus 1 gleich 8. Also, haben wir einen Code mit Hemming Distanz 9, dann ist das wahrscheinlich schon ein relativ langer Code. Wenn wir überlegen, Hemming Distanz 9, da müssen sich ja mal 9 Bits ändern. Mindestens. Mindestens. Es kann ja auch sein, dass mal 9 und mal 12 Bits ändern von einem zum nächsten. Also wahrscheinlich schon relativ lange Codewörter. Und dann können wir tatsächlich sogar bis zu 8-Bit-Fehler erkennen. Wenn bei der Übertragung 8-Bit fehlen. Das ist eigentlich ganz schick. Wie sieht es jetzt mit Korrigieren aus? Auch dafür gab es eine Berechnungsvorschrift, die ist fast so ähnlich. Da haben wir nämlich auch d-1, aber dieses d-1 wird noch durch 2 geteilt. Das heißt, in dem Fall hier wäre das 9 minus 1 geteilt durch 2, was der Wert 4,5 wäre. Okay, was bedeutet das? Wie viele Bit-Fehler können korrigiert werden? Was muss ich da jetzt hinschreiben? Genau, das sind nur 4. Es gibt keine halben Bit-Fehler. Also entweder ist ein Bit korrekt oder ist es nicht korrekt übertragen. Also nichts Halbes. Wäre schön, wenn man dann das Höhergrößere nehmen kann. Aber wir müssen dann leider das Kleinere nehmen. Wir müssen abrunden. Und das heißt, wir sind bei... Oh, danke. Ja, gut aufgepasst. Stimmt. Wir haben sogar 4. 9 minus 1 ist 8. Ich bin... Es ist zu spät für mich. Das heißt, es ist einfach direkt 4. Das ist viel einfacher. Dankeschön fürs Aufpassen. Sehr gut. Jetzt hätte ich Punkte verschenkt in meiner Klausur. Seht ihr, wenn man so unvorsichtig ist? Genau. 9 minus 1 durch 2 ist 8. 8 durch 2 ist 4. Gut. Angenommen. Wir haben einen Wert, wo am Ende sowas wie... 4,5 rauskäme. Dann würden wir auf jeden Fall wissen müssen, dass da... Dass es abgerundet werden würde. Oder wenn dann halt sowas wie 3,5 wäre, dass da rauskäme. Dann wäre es halt 3. Weil es eben keine halben Bitfehler gibt. Da können wir dann nichts machen. Okay. Dann heißt, wir können Bitfehler erkennen, korrigieren. Wir sehen auf jeden Fall einen großen Unterschied. Wir können tatsächlich bei einer Hemming-Distanz 9, wo ich ja meinte, das muss eigentlich sowas... Das ist dann relativ lange Codewörter dafür. Da können wir sogar 8-Bit-Fehler erkennen. Aber korrigieren können wir nur bis zu 4-Bit-Fehler. Deutlich weniger. Zum Abschluss, damit wir nächste Woche ein bisschen sauber sind von den Themen, würde ich noch mal kurz gucken auf das Thema Shift statt Multiplikation. Ich würde das vielleicht noch mal kurz anreißen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an diese Schreibweisen, diese zwei spitzen Pfeile. Das war ja der Punkt, dass dann ein Shift nach links war. Und bei Shift statt Multiplikation ist dann sowas häufig in den Aufgaben ja gewesen, wie ich darf ein Shift machen, Plus und Minus. Und ich will aber eigentlich sowas darstellen, wie hier eine Multiplikation y gleich 30 mal x. Was steckte da noch mal hinter? Hinter diesem Shift statt Multiplikation. Wir haben da ausgenutzt, dass wir, wenn wir... Was haben in der Form? x mal 2 hoch n. Also ein Wert x, eine Variable x mal 2 hoch irgendwas, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4, ist auch in dem Fall äquivalent zu, wenn ich das Ganze x mal nach links, äh, nicht x mal, n mal nach links schiebe. x links Shift n. Das heißt, der Exponent wird genommen, um zu sagen, wie viel mal ich nach links schiebe den Wert. Das ist das, was wir quasi ausnutzen bei Shift statt Multiplikation. Und wenn ich jetzt dann 30 mal x ausrechnen will, erinnert ihr euch noch, was ich dann damit gemacht habe oder machen musste, wie ich da jetzt vorgehen würde? Also 30 mal x kann ich ja hier nicht so einfach direkt nutzen. In welcher Form muss meine Multiplikation sein? Ah ja, genau, da sehe ich das schon so ein bisschen, ein bisschen in die richtige Richtung. Ich muss für meine Multiplikation im Endeffekt gucken, was, wie ich das in eine Form von Zweierpotenzen bringe. 30 ist keine Zweierpotenz, also muss ich das Ganze irgendwie so ein bisschen anpassen. Was kenne ich an Zweierpotenzen, die ich nutzen kann? Und ich sehe da schon das Beispiel, genau, wir können geschickt sein und nehmen die nächste Zweierpotenz da drüber, das wäre die 32, und ziehen dann 2 ab als Zweierpotenz, das Ganze mal x. und ich sehe das auch schon richtig, dann ist es das gleiche wie 2 hoch 5 minus, das 2 hoch 5 ist 32, 2 hoch 1 wäre 2 hoch, äh, wäre der Wert 2. und das Ganze mal x. Dann habe ich das jetzt umgeformt in eine Form mit Zweierpotenzen und kann dann hier tatsächlich dann draus den Linksschiff beschreiben. Und, äh, ja, wie war es in Hausaufgaben? War es dann immer so kurz, so eine kurze Codezeile oder so, das heißt, wir hätten dann sowas wie int y gleich, äh, einmal den Linksschiff für die Potenz, also x Linksschiff 5 minus x Linksschiff 1, direkt das Ganze umgeformt. Mal machen wir mal deutlich. Also, ich nehme die Potenz, hier die 5 für den Linksschiff, hier die 1 für den Linksschiff, und damit habe ich das Ganze auch schon ausgerechnet. Wenn das vielleicht ein bisschen schwieriger ist, genau zu wissen, welches ist jetzt die beste Zweierpotenz da drüber, die ich nehme, kann ich das gerne natürlich auch andersrum machen, oder wenn es mir schöner gefällt, kann das mit Potenzen aufbauen. Ähm, 30 mal x ist ja auch 16 plus 8, das sind 24, plus 4 sind 28, plus 2 sind 30, mal x. Ich kann da auch mal eine Zweierpotenz draus schreiben. Äh, 16 ist 2 hoch 4, plus 8 ist 2 hoch 3, plus 4 ist 2 hoch 2, plus 2 ist 2 hoch 1. Und bedeutet, ich würde dann rauskommen auf int y gleich x Linksschiff 4, plus, nächste Potenz ist die 3, also x Linksschiff 3, plus, dann habe ich die 2 hier in der Potenz, also x Linksschiff 2, und nochmal die 1 in der Potenz, das ist dann also x Linksschiff 1. Beide Rechenwege sind äquivalent, der eine kann unter Umständen kürzer als der andere sein, da muss man dann gucken, und auf die Art und Weise würde halt keine Multiplikation benutzt werden müssen, und wir erinnern uns, das ging ja auch darum um Hardware, dass Hardwarebauteile, dass es eben billiger ist, das so zu bauen, wenn man das mit Shifts macht, als mit Multiplikation. Mehr zum Thema Hardwarebauteile, Schaltungsdesign, KV-Diagramme, Schaltungsminimierung, das wäre dann so ein Thema, was wir dann, wo wir nächste Woche gucken können, ich kann jetzt gerade mal kurz schauen, was sagt mein Spickzettel sonst noch so Nettes an Themen, kurz hier durchgehen, also was hätte ich noch so für nächste Woche, wenn jetzt nicht noch spezielle Wünsche kommen, hätte ich gesagt, wir gucken uns mal an, wie wir von einer Aufgabe eine Schaltungsminimierung machen, mit KV-Diagramm, Zustandsdiagramm mit einer Schaltung, wir würden außerdem uns um das Thema Zustandsdiagramme noch mal beschäftigen, da gab es ja auch unterschiedliche, nur Mili, Ausgangsdiagramm, Übergangsdiagramm, beziehungsweise Ausgangsfunktion, Übergangsfunktion, Impulsverhalten von Schaltungen oder Zeitverhalten von Schaltungen, Thema Hazards und sowas wie 0, 1, 2, 3 Adressmaschinen, hatten wir zwar gerade erst, aber das nächste Mal auch gerne ja vielleicht noch mal wiederholen. Das wären so Themen, die hätte ich jetzt so auf der Liste für nächstes Mal, sonst schreibt mir das gerne, die E-Mail, die solltet ihr ja auch über die RSB-Webseite haben, dass sie da steht, also am einfachsten ist 5jobski.informatik.uni-hamburg.de oder ihr nehmt halt mal eine ganz lange, die da steht, jessica.sabrina.jobski.uni-hamburg.de von der Webseite oder schreibt mir halt auch irgendwie, also schreibt es irgendwie ins Fachschafts-Discord im RSB-Channel oder wer einen anderen Kontaktweg zu mir kennt, der kann mich auch anders kontaktieren, nehme ich auch gerne an Vorschlägen rein. Ansonsten hoffe ich, es hat euch ein bisschen was gebracht heute schon mal, dass ihr so ein bisschen Gefühl habt, oh, scheiße, dieses Thema gab es noch und jenes Thema gab es noch und noch ein Thema gab es noch. Ihr werdet euch vorbereiten müssen. Das wird jetzt auf jeden Fall nicht diese zwei Wochen, das wird nicht reichen. Das kann halt nicht reichen. Klausuraufgaben werden einen Tick länger sein, als was wir haben und häufig eher in die Tiefe gehen, während wir halt eben sehr viel in die Breite gegangen sind, um nochmal so ein bisschen Kopfschuh, Kopfschuh mal drauf vorzubereiten auf eure Vorbereitung. Genau, wer nächste Woche nicht mehr einschaltet, dem wünsche ich so schon mal viel Erfolg bei der Klausur und ansonsten freue ich mich natürlich auf jeden nächste Woche und ich wünsche euch eine ansonsten erfolgreiche Woche und ja, bis vielleicht nächstes Jahr, äh, nächstes Mal, nächsten Donnerstag. Ciao. Ciao. Vielen Dank.